Der Grund für alle Katastrophen unserer Zeit ist die Überbevölkerung. Mit Stolz präsentieren wir die einzig praktikable Lösung für das größte Problem der Menschheit. Sind Sie bereit, Doktor? Ja, ich bin bereit. Wow, das ist Wahnsinn, oder nicht? Echt der Wahnsinn. Das ist Dave, Dave Johnson. Hi, alle zusammen. Und Carol. Also von dem hätte ich nie gedacht, dass er mal ein kleiner wird. Downsizing nimmt den Druck von einem. Und man tut auch noch was Gutes. Du meinst den Quatsch von wegen Rettung des Planeten? Ja. Mit Downsizing rettest du dich vor allem selbst. Wir leben wie die Könige. Wir haben die besten Häuser, die besten Restaurants. Cheesecake Factory, davon haben wir drei. In Leisureland entsprechen ihre 52.000 Dollar, dann glatten 12,5 Millionen Dollar. Sie haben ausgesorgt. Ein Leben lang. Wow. Ihnen ist bewusst, Sie unterziehen sich einer bleibenden und nicht umkehrbaren medizinischen Prozedur. Allgemein bekannt als Downsizing. Und ihre Körper haben danach ungefähr 0,0364 Prozent ihrer jetzigen Masse und Volumens. Nervös? Ja, ein wenig. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ich liebe dich. Hey, na, wie geht es uns heute? Hey, na, wie geht es uns heute? Die kleine Welt ist voller sehenswerter Dinge. Manchmal glaubt man, wir wären in der normalen Welt. Und dann passiert etwas. Oh mein Gott. Und du magst den Unterschied. Wir sehen uns heute. Wir sehen uns heute. Und du magst den Unterschied. Wir sehen uns heute. Wir sehen uns heute.